Flugpassagier nimmt etwas auf, das niemand sehen sollte. Von Flugbegleitern, die einen Nervenzusammenbruch erleiden, bis hin zu sich verwandelnden Gestalten, bei denen es sich um Dementoren handeln könnte. In unserem heutigen Video geht es um unglaubliche Momente, die von Flugpassagieren mit der Kamera festgehalten wurden. Das wird ein turbulenter Flug, bleib also unbedingt bis zum Ende dabei. Wir wissen schon, was dir in den Sinn kommt, wenn du von Schlangen in einem Flugzeug hörst, aber das war kein Film. Wer hätte gedacht, dass der berühmte Film von 2006 mit Samuel L. Jackson in der Hauptrolle jemals Wirklichkeit werden würde? Sicherlich nicht die Passagiere dieses Flugs im November 2016 in Mexiko. Die Passagiere hatten sich auf einen ereignislosen Flug eingestellt. Dann hing eine Schlange von der Decke herab. Ein Passagier der mexikanischen Fluggesellschaft, Interlesio Medina, hielt das nicht nur mit der Kamera fest, sondern fing die Schlange auch mit einer Decke ein. Die Schlange hat für jede Menge Aufregung an Bord gesorgt und der Pilot fühlte sich zu einer Notlandung in Mexiko gezwungen. Tierschützer bekamen die Situation in den Griff. Wie die Schlange in das Flugzeug kam, ist bis heute ein Rätsel. Blitzeinschlag in die Tragfläche eines Flugzeugs Gewitter und Turbulenzen während eines Fluges können böse auf den Magen schlagen. Die meisten Flugzeuge sind so gebaut, dass die Fluggäste recht wenig davon spüren. Deshalb konnte Mitchell Stewart auf einem Flug von Abu Dhabi nach Paris im Februar 2016 in aller Ruhe filmen, wie die Tragfläche des Flugzeugs von einem Blitz getroffen wurde. Er saß am Fenster und schaute just in dem Moment hinaus, als das Flugzeug der Etihad Airways getroffen wurde. Das Flugzeug konnte kurz darauf sicher landen. Obwohl man während des Films niemanden vor Angst schreien hört, können wir uns vorstellen, dass es für die Passagiere kein angenehmer Moment war. Mitchell Stewart teilte das Video auf YouTube, wo es innerhalb weniger Stunden mehr als 50.000 Mal aufgerufen wurde. Es verbreitete sich auch auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und Reddit, wo selbsternannte Experten gerne erklärten, was passiert ist. Einige User meinten, es handele sich um eine statische Entladung und dass die Spur, die das Flugzeug hinterließ, unglaublich war. Erinnerst du dich an die Verwüstungen, die der Hurricane Ida angerichtet hat? Die Bewohner der Karibik, Lusianas und Mississippis waren besonders schlimm betroffen. Einige Piloten flogen durch das Auge des Hurricanes. Einer von ihnen hielt diesen Moment mit der Kamera fest. Dieser Clip ist nichts für Menschen mit Flugangst. Peggy war auf einem Forschungsflug direkt über dem Golf von Mexiko, als sie in den Hurricane geriet. Es gab keine Möglichkeit, den Wirbelsturm zu umfliegen, also mussten die Piloten kämpfen, um in das Auge des Sturms zu gelangen. Die Aufnahme zeigt genau den Moment, an dem die beiden anderen Piloten im Flugzeug alles geben mussten. Sie haben es tatsächlich geschafft, das Auge zu erreichen. Eine UFO-Flotte Der 7. Dezember 2021 ist ein Tag, den viele Menschen nicht so schnell vergessen werden. Ein Pilot hat etwas Merkwürdiges am Himmel beobachtet. Es wird zwar immer wieder davon gesprochen, dass jemand meint, ein UFO gesehen zu haben, aber Live-Aufnahmen davon sind doch selten. Dieser Pilot flog in einer Höhe von 11.000 Meter über dem Pazifik, als er ein mysteriöses Licht entdeckte. Wegen der seltsamen Formation beschloss er, es mit der Kamera festzuhalten und mit der Welt zu teilen. Niemand kann wirklich sagen, was diese Punkte bedeuten, die sich in drei Gruppen bewegten, auch weil sie sehr schnell wieder verschwanden. Jetzt fragen wir uns wieder, gibt es wirklich Außerirdische? Flugbegleiterin mit einem Nervenzusammenbruch Von Flugbegleitern erwarten wir, dass sie sich souverän verhalten, selbst dann, wenn sie von Passagieren beschimpft werden oder es zu gefährlichen Situationen an Bord kommt. Als ein Passagier der American Airlines im Jahr 2012 eine Flugbegleiterin während eines Nervenzusammenbruchs filmte, waren alle im Flugzeug sprachlos. Der Flug von Dallas nach Chicago war gerade gestartet, als die Flugbegleiterin über die Lautsprecheranlage merkwürdige Bemerkungen machte. Sie war in einem manischen Zustand. Die Passagiere hatten Angst und hielten die Frau fest, bis sie von der Polizei aus dem Flugzeug gebracht wurde. Obwohl ein Passagier behauptete, die Flugbegleiterin habe ihm gesagt, dass sie bipolar sei, übernahm American Airlines die Verantwortung für den Vorfall. Einige Passagiere behaupteten später, sie hätten als Entschädigung einen Bonus von 10.000 Flugmeilen erhalten. Dementoren im Himmel Bei allem, was passiert, wünscht man sich keinesfalls, dass seine größten Harry-Potter-Ängste wahr werden. Die Geschichten über die Dementoren waren ziemlich gruselig. Wie würdest du reagieren, wenn du eine Dementoren-ähnliche Gestalt am Fenster deines Flugzeugs sehen würdest? Genau das passierte Zoe Montoya auf ihrem Southwest Airlines Flug im Februar 2022. Zoe war auf dem Weg von Las Vegas nach Tulsa, als sie einen Schatten sah, der einem Dementor verblüffend ähnelte. Sie nahm das üble magische Wesen auf und teilte es auf ihrer TikTok-Seite. Follower scherzten, sie sei ein bisschen zu nah an Aschkaban herangekommen. Der Mann in den Wolken Es hätte ein anderes Flugzeug oder ein riesiger Vogel sein können. Der Ihre, der diese mysteriöse Gestalt während seines Rückflugs von einem Skiausflug in Österreich aufnahm, ist immer noch überfragt, was es genau war. Nick O'Donoghue war mit seinem Arbeitskollegen in ein Gespräch vertieft, als er einen Blick aus dem Fenster warf. Überrascht zuckte er zusammen. Er hatte keine Ahnung, was er sah. Also tat er das einzig Richtige. Er machte ein Foto. Einige Leute denken, dass es sich bei der seltsamen Gestalt um einen Mann handelt. Andere, dass es Rauch aus Schornsteinen ist, der durch die Wolken gedrückt wurde. Nordlichter Emily Snyder befand sich mit United Airlines auf dem Weg nach London, als sie sah, wie unter ihr ein wunderschöner grüner Streifen aufleuchtete, während der Himmel klar blieb. Das war der perfekte Moment, um ein tolles Foto von diesem Naturschauspiel zu machen. Das Nordlicht ist als Aurora Borealis bekannt und kann vor allem in Island und Norwegen beobachtet werden. Der Anblick des Nordlichts erfüllt jeden mit Ehrfurcht. Wie würdest du dich fühlen, wenn du von einem Flugzeug aus diesen atemberaubenden Anblick hättest? Turbulenzen und Schreie Eine Frau, überzeugt davon, dass ihr ALK Airlines Flug vom Kosovo nach Frankreich abstürzen würde, hielt selbst diesen Moment mit der Kamera fest. In dem Videoclip siehst du, welche Wucht Turbulenzen haben können. Eine Flugbegleiterin wird samt Getränkewagen an die Decke und wieder zurückgeschleudert. Verängstigte Passagiere schreien. Etwa 30 Minuten hielten die Turbulenzen an. Das Flugzeug schaffte es bis zum Airport. Die verletzten Passagiere wurden in ein französisches Krankenhaus gebracht. Die Ursache war ein plötzlicher Höhenabfall. Gestaltwandelndes Flugobjekt Im Juli 2021 schaute ein deutscher Tourist aus seinem Fenster und er blickte ein leuchtendes, seine Form verändertes Gebilde am Himmel schweben. Schnell holte er seine Kamera und machte etwa sieben Minuten ununterbrochen Aufnahmen von diesem seltsamen weißen Objekt. Was genau war es? Verschwörungstheoretiker behaupteten, es könnte sich um einen übernatürlichen Körper handeln. Andere bestehen darauf, es ist ein UFO. Es ist schon beängstigend, so etwas zu sehen, das höher als ein Flugzeug fliegt und dabei seine Form verändert. Dies waren einige der verrücktesten Momente, die jemals von Flugpassagieren festgehalten wurden. Welcher Vorfall in einem Flugzeug hat dich sprachlos gemacht?